stirbt bitte ha heute nicht ich habe auch gerade gesehen dass der stampfer gar nicht mal so wenig schaden macht alter schwede trotz des hohen levels naja gut hoch ist anders aber ja da geht es noch lang gut dann gehen wir jetzt gerade außer durch weil einen anderen weg gibt es ja nicht mehr und ich wette darauf dass es jetzt einfach nur so ein kleiner raum ist für den blöden roten schalter ach nein das war jetzt wollte mich alle verarschen nein verpimmeln dann gibt es bestimmt irgendwo einen versteckten kleinen raum außerhalb die nicht angezeigt werden auf der karte so wie das hier zum beispiel wo der schalter versteckt sein könnte wie dieser hier aber das war der blaue na gut dann wenn wir uns da mal ein bisschen orientieren ria maps gut aber spontan wird es dann bloß links sehen also da wo ich jetzt bin der ein raum davon links da ist ja noch eine freie stelle oder halt da oben ansonsten wäre hier nichts mehr naja schauen wir halt mal ob das wirklich so ist und tadam wo ich bin gleich tot sehe ich gerade dann machen wir mal hier dann schauen wir mal hier links da kann man jetzt durchgehen da oben das ist super ich muss mich ja mal ein bisschen räuspern hier ich bin immer noch ein bisschen krank sie sind nicht krank aber der hals noch verschleimt das hört man vielleicht gerade so tschuldigung zwei hinschalter aktivierten das ist eine brücke da plötzlich fickt euch in ja face beach okay heute da unten diese scheiß wer sich jetzt gefragt hat warum die repris sofort abgehauen sind wenn die repris einen nicht wahrgenommen haben und dann angegriffen werden aus der ferne dann hauen sie sofort ab das ist immer so bei denen das ist immer ein bisschen zeitsparend so noch eine ach ja guck mal hier gb divide gibt sort und de du erst ich bin ja jedes mal wieder este und dass um die hunter so träffsicher mit dem ganzen sind und so ein kleiner mosquito einfach mal so treffen können Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht, aber... Geld noch mitnehmen. Ach ja. Scheiß Trollschalter. Jetzt haben wir irgendwie zwei Milliarden Wege für uns offen gemacht, glaube ich. Und müssen nur gucken, welcher der richtige ist. Das schaffen wir schon. Ein Dug Bellra. Pam, pam, pam. Das tat hier hoffentlich genauso wie mir. Okay. Rear Map, jetzt können wir direkt mal nach rechts gehen. Nach rechts. Ich wollte gerade links sagen schon wieder. Hier, wenn ihr mich sehen, ist es die Tür nämlich auf. Und hier können wir eigentlich auch nochmal nachschauen, ne? Oh, da sind Kisten dahinter. Und Kohle. Nehmen wir alles mit. Und Kohle. Nehmen wir mit. So. Und ich höre nur... Okay, das war bloß eine Mine. Und jetzt geht's hier lang zu einem weiteren kleinen Raum. Leck mich doch. So, alles klar. Ich wurde getroffen. Scheiße. So, okay. Jetzt können wir zum einen hier rausgehen. Ich weiß nicht genau. Oh, Gott. Alter. Okay, hier verbindet nur wieder was. Dann geht's nach rechts. Boah. Ey, die ist... Alter, Schawutzki. Oh. Miesisch Wuchtel. Schießt einfach einen Feuerball auf mich. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Oh, Mann. Nö. Ah, hallo. Na. So, okay. Ich hab hier auch übrigens letztens... Beziehungsweise letztens so... Da wurde mir gestern so ein Link geschickt. Von einer sehr guten Freundin von mir. Und die hat, ähm... Sagen wir es mal so. Sie ist so ein... Insbesondere so ein ganz kleiner Fan von, ähm... Traumfraugesuche, diesen Walter. Weil sie es extrem lustig findet. Und, ähm... Oh. Goldene Kisten. Sehr schön. Und da hat sie mir letztens einen Link geschickt. Wo er einen Jungen beauftragt hat. Bei einem Date sich auf einem Baum zu verstecken. Weil das Date halt ein Picknick war. Und unter dem, äh... Baum stattfand. Und da sollte sich der wirklich, äh... Auf den Baum setzen. Und dann Rosenblüten runterschütteln. Während sich die beiden küssen. Was ich ziemlich seltsam fand. Aber auch wiederum belustigend. Weil, ganz ehrlich. Bei dem Date, ähm... Die Frau, die muss ja wohl merken, dass da ein Typ auf dem, auf dem Baum sitzt. Und Rosenblütenblätter runterwirft. Ich mein... Wo sind wir denn da? Ganz ehrlich. Und vor allem ist er auch so eine richtige Rohrzunge gewesen. Also... Das stand jedenfalls unter den Kommentaren. Dass, äh... Walter, ähm... Sich... Äh... An die wirklich richtig eklig rangemacht hat. Also er hat, ähm... Die beiden sind sich näher gekommen. Haben sich dann geküsst. Und er hat sofort die Zunge rausgestreckt. Und hat sie ihr voll in den Hals gesteckt. Und... Bäh... Das ist sau eklig gewesen. Ganz ehrlich. Bäh... 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 Att вот... Dass ich keine Ahnung habe, wo ich hinmuss. Weil... Oh Gott, ich habe echt keine Ahnung. Bäh... Quatsch. Hat auch hier oben geht es ja noch lang, ne? Ja, das macht Sinn. Okay. Ne, also man sieht es auch förmlich. Also sie geht halt ganz normal mit dem Mund zu seinem und er kommt mit seiner spitzen Zunge rein, steckt sie ihr voll rein. Das war saueklig. Und Walter ist halt auch wirklich so ein Typ, der ist irgendwie jetzt glaube ich 53 Jahre alt und ist immer noch Single. Ich betone immer noch. Und das ist wirklich schon arg krass, weil ich meine gut, er ist auch wirklich so ein kranker Typ, der die vier Elemente der Erde darum bittet, eine Frau zu finden. Und er hat auch so irrwitzige, dumme Ideen, die Frauen immer zu überzeugen und naja, das ist echt seltsam, sag mir ganz ehrlich. Es ist komisch einfach. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie einer Frau eine Plastiktüte in die Hand drücken mit ein paar Geschenken drin, wo dann Michi Surprise zum Beispiel draufsteht. Weil das macht er zum Beispiel jedes Mal. Das ist irgendwie so eine Art kleine Papiertüte mit so ein paar kleinen Geschenken verpackt. Das ist ja an sich ganz süß, aber ich finde das einfach saukitschig, ohne Witz. Das ist echt... Naja. Naja, der Walter. Der kann ganz schön Gnade waltern lassen. Hahaha. Ne, Gnade waltern lassen müsste es dann heißen. Ach ja, wie unfair. Au. Fliegt einfach mal ein Feuerball in meine Fresse, das gibt's doch nicht. Aua. Ey, die machen doch ziemlich Schaden. Stirb bitte. So. Du auch hier, du Gelber. Du Asiat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ah. Dieses Scheißfeuer. Überall. Du bist auch tot. So. Oh, guck mal, Level 23. Ist ja geil. Ach, ich steck noch fest. Bleh. Warte.